In der letzten Partie hatten wir Geisel. Ich habe ja gesagt, Ubisoft hat mir mindestens zweimal Geisel versprochen. Jetzt sind wir schon bei mindestens. Und dafür hat Ubisoft noch gute vier Stunden Zeit für einmal Geisel. Aber jetzt erst mal Bombe. Und damit halt oder seid's. Und willkommen zurück bei Raymo 6 Siege. Archiv, naja, Kontaktgranaten werden diesmal kein Thema sein, denke ich. Wer spielt einen Rekruten? Äh, noch ein Franzose. Was, doch wieder Rekruten. Die Bomben schützen. Egal. Sind beide Level 43 und 4. Ist das jetzt gut? Immerhin machen sie noch keine Matten kaputt. Gucken, ob der Stößern jetzt ganz bleibt. Gut. Weil ich da unten gespawnt bin. Dann geh mal runter. Guckt jemand Außenkameras? Bitte? Bitte? So viele Rumrenner. Ich glaube, die Außenkameras sind beide schon kaputt. Haupteingang ist jemand. Da ist auch schon offen. Boah, hat mich fast umgebracht, der Arsch. Haupteingang Tresen. Am Empfang ist jemand. Und Rauch beim Automat. Ich bin jetzt wieder hoch, weil unten niemand, weil oben Leute weggerannt sind. Einen habe ich, keine Ahnung wer. Träger aufgehalten, aber da ist noch ein zweiter bei mir draußen am gelben Pink. Kann sein, dass es ein Jackal war, weil ich auch noch Radar. Schwarzbart haben sie. Schwarzbart. Bei mir ist Schwarzbart am gelben Pink. Ich habe nicht mal den Schild getroffen. Setscher oder Sledge haben sie gesagt. Wer ist Schwarzbart entdeckt? Und weg. Ach, oben Sophia. Oben im Großraumbüro. Die hat die Lücke da aufgemacht. Sophia, Großraumbüro. Ganz oben. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Das ist Schwarzbart. Nur noch ein Gegner übrig. Die klaut mir den Kinn. Die hängt auf der Leine und tropft. Meine Güte. Schön frech. Ach, scheiße. Der Schwarzbart. Halbe. Halbe Energie. Das war fast ein halbes Ace. Eine Naher Erfahrung. Was schreibt der? Keulen? Eulen mit G. Was, hier gibt es eine Tankstelle? Was wird jetzt hier? Willst du FBI spielen oder? Also ich will aufmachen. Ich will also nur spielen. Ja, ist egal. Willst du als nächstes eben den Termit haben? Nein, ich glaube auch. Also ich nehme mit, weil den sonst keiner mitnimmt. Garage ist sauber. Ich gucke mal hinten. Server. Ganz oben? Oh Mann, wenn du mal Kamerabüberschne ohne hat eine Bombe lokalisiert. Das Konsulbüro. Da steht bloß rum. Ah, Kamerabüberschne. Alle identifiziert. Zehn Sekunden bis Einsatz. Twitch Drohne macht einen Lärm. Und Kamera kaputt. Wendel, Treppenkamera kaputt. Vorsicht. Vorsicht. Den Entschärfer mit MG liegt hinter dir. Moins. Okay. Balkon sieht zu aus. Ja, diese sind hinten beim Automaten gewesen. Okay. Vorsicht, gelber Ping. Offen sieht man schlecht, gelber Ping. Aber nahe der einen Bombe oben. Da war ich bei Garage. Ich hatte irgendwie... Wir schreiten ja so. Wer ist der? Kann das sein? Ja, den haben sie. Ach so. Das ist der Schreit. Der lebt. Hm, vielleicht mit Twitch. Ja, aber vielleicht uns ärger twitch den hier. Schau auf die Fenster oben, die Raffine. Oben noch. Oben noch. Ich weiß nicht, wo ich reingehen will, ey. Großraumpro wäre eigentlich eine Option. Aber das sind ja Leute. Es steht Balkon. Klo wäre in der Variante, aber das ist viel zu nah dran. Das ist eigentlich auch blöd. Wir müssten eigentlich unten rein und Wendeltreppen haust. Aber dann könnt ihr uns in den Rücken fallen. Wird ganz gern beim Automaten da die Treppe hochgehen. Oh, hier sind die immer neben uns, Kaschle. Nee, Doc. Mein Gott. Steht direkt rechts. Hast du den? Nee, ist schon tot. Okay. Ich habe ein bisschen zu spät. Was macht denn der? Der Fenster ist doch schön offen. Spritzen wir ein Lipp noch. Eigener Druck neutralisiert. Aber ich gehe mal unten rein. Bup. Mann, die sind im Großraumbüro gewesen. Möglichst auch in ihren Bereichen. Das nächste Mal nehmen wir Fuse mit. Und im Bad ist auch kacke reinzugehen, weil, ja, sieht man ja. Ist ja gleich nebenan. Unten war auch jemand. Schon kacke zu spawnen, ey. Er hat geschossen, Presseraum. Okay. Ach nee, das ist ja der Haupteingang. Oh. Hm, naja. Okay. Ja, wir sind jetzt beim Empfang unten. Oh, ich bin wieder Rekrut. Na, vielleicht haben sie bloß Angreifer. Übersetz mal. Hm. Serapina kann auch geschuft werden. Keulen. Ich konz, aber ich kann nicht mehr alles. Also, ich kann spritzen, Mann. Ich bin fremdsprachmächstechnisch nicht sehr begabt. Hm. Kann man leider nirgendwo was oben platzieren. Bescheuert. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt. Böses Auge bereit. Starterdraht in Position. Das ist eine Kamera. Sie ist. Zehn Sekunden noch. Kack, Flügel nervt. Oh, den kann man ja kaputt schießen. Cool. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Böses Auge einsatzbereit. Oh, 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 oh. Zeit effizient zu sein und ein bisschen faul. Zeit effizient zu sein und ein bisschen faul. Ähm, Fusion rot markiert. Der hat schon angebracht, der Arsch. Scheiße. Gibt's nicht. Vorsicht, Fuse an den Außenfenstern bei mir. Oh Gott, was mach ich denn? Ich hoffe, ich lieg sicher. Halber Kreis bei mir noch. Ich hab noch einen Viertelkreis. Vorsicht, Außenfenster könnte noch Fuse sein. Danke. Ein Gegner verbleibt. Rot markiert der Letzte. Kommt vor der Fuse. Bleibt auch noch bei der Mauer. Er hat die ganze Zeit markiert. Na, ich markier ihn auch. Immerhin etwas. Kamera draußen jetzt kaputt. Oh. Na, ob das was wird. Pass auf, an der Haupttür, ähm, war er vorhin gerade. Dann machen wir jetzt hier zu. Haupttür zu. Ey, wollte gerade zumachen. Mission erfolgreich. Nimm mal diese raus, Renner. Ich wollte es auch mal probieren. Ja, ich kann ja nicht mehr raus. Ich hab nur noch einen HP gehabt. Ich wollte eigentlich warten, bis Fuse da was anbringt. Aber da hat er schon längst was angebracht, der Arsch. So, Termin ist frei. Wir müssen am besten zum Nicht-Spawn-Kind nehmen. Na, eigentlich bei der Garage hinten. Moment, oder? Da, wo Ash und Twitch schon sind. Weil die meisten Fenster hast du auf der Seite vom Haupteingang. Ich bin hinten beim Seiteneingang, beim Automaten. Aber ich bin auch einfach losgegangen. Schlimm. Ich spawn bei der Polizeiabsperrung, weil da die Hauptkamera ist. Und man kommt auch schnell zur anderen Kamera bei der Garage. Kamerageier, Kamerageier, Kamerageier. Nee, 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 nee. Die Deckung da hinten ist eigentlich auch ganz gut. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ihr Automat ist sicher sauber. Keller auch sauber. Dann wieder ganz oben. Nee, ganz oben nicht auch nicht. Dann sind wir da hart. Dann Haupteingang. Ja, Haupteingang, wo wir gerade waren. Nein, Garage nicht, wo wir gerade waren. Mozi haben sie. Vorsicht, Mozi haben sie. Pessel haben sie. Nicht so schnell fahren. Ja, Mozi. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden ist bereit. Da ist Mozi. Ah, Strom. Einsatz in fünf Sekunden. Twitch macht kaputt und Mozi drunter näher. Oh oh. Ja. Oh, Vorsicht, am gelben Ping ist schon offen. Vorsicht, gelber Ping ist schon offen. Also bei der Polizei absperren kann man ganz gut spawnen. Also bei der Polizei absperren kann man ganz gut spawnen. Ich glaube, die haben oben gerade aufgemacht, die Tür. Fenster oben offen. Hier ist Rolls runtergefallen. Vorsicht. Am gelben Ping ist Fenster offen. Diesmal sitzt niemand auf der Treppe. Ja, Ella war oben. Äh, nee, die war im Erdgeschoss. Sollte jemand raus bei euch. Vorsicht. Ja. Ja, ich wurde gescanset. Deswegen hat er es versucht. Okay, die anderen beiden sind drin. Okay. Nein, ah, scheiße. Mann, was machen die Fepsen? Boah, das sind solche Trottel. Mann, Mann. Guten Satz, um nichts zu gebrauchen. Ich wechsle das Magazin ab. Ich bin auch schon tot. Ich wechsle das Magazin. Keine Kamera mehr von uns. Kamera mehr von uns. Ist da noch eine Kamera, Serafina? Da ist eine Kamera auf dem Boden. Siehst du die? Ja, achso, stimmt. Die haben die ja. Ich habe ja gerade selbst geguckt. Hier rennt jemand bei uns. Bist du das, Serafina? Okay. Kannst du vielleicht mal reinfahren in den Raum bei uns, wenn du noch eine Kamera hast? 25 Sekunden noch. 20. Ist jemand drin? Okay. Ja, ist hinter dem Kavir. Mit dem Kavir sind sie da. 10 Sekunden. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Schäfer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Schäfer ist eigener Trupp verbleibt. Super. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Fix und gex. Dieser. Das sah so aus, als wenn hier so ein Terrorist schießt. Diese Controller-Spieler. Da hinten brennt eine Palme. Hilfe. Können die Franzosen unten jetzt mal weggehen? Das irritiert hier unten. Kannst du ja mal die Palme wedeln. Hey, wir haben glaube ich zum ersten Mal an diesem Abend gewonnen, oder? Ich glaube ja. Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Nein, eigentlich schon. Egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020